Kann man es von Meinung sein? Denke ich auch, denke ich auch. Da wird er festgehen. Es ist so unglaublich gut, dieses Spiel. Es ist schon echt in die Jahre gekommen. Aber es macht immer wieder Spaß. Haben wir aber jetzt auch schon längere Zeit nicht gespielt. Von dem Konzept her gibt es aber mittlerweile auch eine, wie gesagt, Fathers Frontier oder auch hier, Manalords. Also echt, dieses Spiel, es macht es so süchtig. Und wie gesagt, jetzt regnet es hier. Guck dir mal diese Straßen an. Das ist nicht normal. Es ist einfach, als läufst du hier lang. Die Wolken. Im Moment haben wir hier komplett bedeckt logischerweise wegen Regen. Aber du hast hier, wenn du siehst, hier die Wolken fliegen durch, werfen auch wirklich Schatten. Echtzeitschatten quasi auf die Erde. Es ist unglaublich. Unglaublich. Es ist so schön gemacht, ne? Gut, das Wetter ist jetzt nicht schön, aber okay. Wenn du Häuser baust oder so, da siehst du auch jeden einzelnen Balken, den sie stellen. Also, genial, ne? Ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach nur, es ist einfach nur gut gemacht. Jo! Jo! Ja gut, hier haben wir keine mehr. Wir haben keine mehr, die wir irgendwo zuordnen könnten. Wir haben jetzt hier 10 Loks. Was macht er hier eigentlich? Was ist das hier? Habe ich hier irgendwas? Woodcutter Lodge? Ha! Matt? Habe ich hier noch irgendwas gebaut, was ich... Was noch gar nicht fertig war, was ich noch gar nicht gecheckt habe? Oder... Oder... Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Hier ist das Storage. Hier sind nur Bären drin übrigens, ne? Ich... Das schaffen die niemals, alles abzuräumen, hier. 41. Vor allem, die nehmen sich immer eins, ne? Die nehmen sich eins. Wie viele Jahre soll das dauern, ne? Ach, Mensch. Voll cool. Wir sind beim Lök. Viel Spaß noch. Kiwi, dankeschön für deinen Raid. Dankeschön. Und euch dann natürlich... Ja, erstmal noch einen... Einen schönen... Ja, Restabend. Wie auch immer, ne? Und dann später natürlich eine gute Nacht. Und bis... Bis ganz bald. Bis ganz bald. So... Ja, die Taverne... Die hat ja jetzt einen Mitarbeiter. Jetzt würde mich mal interessieren. Naja... Es hätte ja können sein. Ne? Es hätte ja können sein. So... Wir brauchen Feuerholz. Oh, welch Wunder. Oh, welch Wunder. Connected Road. Ich... Habe es immer noch nicht so richtig geblickt. Ich würde mal wieder zwei einstellen. Und wir müssen echt langsam anfangen an die Kleidung. Wir müssen in der Kleidung aber halt verflixt. Entertainment kriegen wir irgendwie hin. Ja, Betty. Ich grüße dich. Hi. Ist er Mod on? Ich schlafe bestimmt. Wobei... Ah, Olli kann doch sein, dass er bloß irgendwo... Dass er mitlauscht. Tina ist bestimmt schon ins Koma gefallen. Und Mel hat sich ja schon verabschiedet. Ich check das mit dem Handel nicht hier. Ich meine, die müssen doch... Da muss aber so ein Händler halt machen. Sieht man das eigentlich, wo die gerade sind? Ne, ne? Ach doch. Oh Gott. Das dauert ja ewig, bis er wieder hier ist. Warte mal. Hier kommt... Ne. Hat getäuscht, ne? Sah so aus, als würde hier gerade einer kommen, ja? Warum konnten wir nicht sowas haben hier, ne? Mit Bären. Mit Wildtieren. Mit Steinen. Mit... Ja, alles. So gut wie alles. Ne, da kriegen wir was mit dreimal Bären. Punkt. Ach ja. Ja, okay. Joa, alles gut. So. Ja, bruh. Was können wir jetzt hier noch? Wir haben 13 Holz. Wir könnten... Wir könnten tatsächlich noch ein Häuschen bauen. Ne, Quatsch. Wir haben noch was anderes vorgehabt. Ähm. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben den Livestock... Haben wir hier. Wir haben die Farm gebaut. Wir müssten die Mühle jetzt mal bauen. Genau, dass wir hier... Ja, da waren wir stehen geblieben, ne? Ähm. Genau. Die Mühle. Und zwar hätte ich die ganz gern auf eine 96er. Ich denke mal, das ist okay hier. Hier oben macht es, glaube ich, keinen Sinn. Naja, es würde schon Sinn machen, aber... Ne, die hauen wir hier unten hin. 96 ist hier super. Klatsch. So, und jetzt Bäckereien. Ähm... Hier oben haben wir den Storage. Das ist halt die Frage. Hier könnten wir noch... Na ja, so weit in den Wald rein. Könnten wir aber noch machen. Es ist halt auch ziemlich weit. Von der Mühle bis hier her. Ich würde sie schon ganz gern hier irgendwo hin. Oder wir setzen die... Ich denke mal, wir können mindestens zwei Öfen damit beheizen. Würden wir hier noch ein Häuschen reinkriegen? Ja, es ist zu weit. Stock Damage by Weather. What? Ich flank den jetzt einfach mal hier rein. Auch wenn wir hier vielleicht jetzt eine tote Ecke oder sowas zur Not müssen wir den Weg nochmal wegnehmen. Machen die noch ein bisschen eckiger oder sowas. Äh... Es muss erst mal reichen. So, dann hoffentlich wird es auch bald gebaut. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Es... Es... Ich... Wir kriegen das nicht rechtzeitig weg hier. Die holen ja schon einen, aber... Das kriegen wir niemals alles weg. Ach, Mensch. Bis bald mal wieder unten. Lass ihn nicht mehr... Ich geb mir Mühe, Christian. War schön, dass du reingeschaut hast. Schön, die wir wieder so lesen. Schon ewig lang nicht mehr gelesen. Und... Ja. Bis hoffentlich ganz bald. Schlaf gut. Damage by weather footstop... Wo? Krieg ich das irgendwo angezeigt? Ach, hier. Ach, hier. Okay, das ist... Das ist... Nicht gut. Das ist ehrlich gesagt ziemlich doof, weil... Ich hab da gar keinen Einfluss. Ja, doch. Ich könnte den... Ich könnte pausieren, aber... Das ist doch doof. Die bringen das nämlich automatisch hierher. Jetzt nehmen sie sich hier ein bisschen was raus. Okay. Jetzt haben wir natürlich auch Nahrung verloren, ne? So, kann das sein, dass der Ochse hier schon wieder irgendwie festgebackt ist? Er ist. Und? Schaffst du es jetzt? Der Knopf ist ultimativ, ne? So, wie schaut's aus? Wir brauchen... Jetzt steht der Ochse hier und der Typ haut ab, oder was? Ach, jetzt hat er... Jetzt kommt er zurückgerannt. Guck mal. Er hat gemerkt, er hat den Ochsen vergessen. Ja, das ist ja auch cool. Nimmst du denn jetzt mit? Ach, ja. Für so ne Leuchte gibt's ne Kerze zum Geburtstag, oder? Extra natürlich. Das stimmt. War mir auch ein inneres Blumenpflücken. So, es wird gebaut. Oh Gott, die kommen ja von überall her. So, wir brauchen auf alle Fälle die Mühle. Ganz dringend, ganz dringend, ganz dringend. Äh, Feuerholz geht tatsächlich wieder nach oben. Auch wenn momentan immer noch einen Monat angezeigt wird, aber... Ihr seht hier, ne? Es ist... Es geht. Es geht. Komisch, dass hier 10 angezeigt wird. Und unten Firewood 31. Die Anzeigen sind mir noch teilweise noch nicht so richtig... Die erschließen sich mir noch nicht so richtig. So, wir brauchen... Noch drei Stämme. Oh, es wäre so cool, wenn wir hier einen Namen erzielen würden. Irgendwas verkaufen könnten. Irgendwas. Bitte. Irgendwas. Mach doch bitte. Mining, bitte. Das könnte auch mal abgeholt werden, ne? Aber ich glaube, das müsste man mit dem... Wobei, wir haben die ganze Zeit nur mit dem Storage innen drin, der das... Hätte managen müssen. Wie sieht es denn jetzt auf den Feldern aus? Ich denke mal, die... Das hat sich jetzt erledigt, ne? Ist alles empty hier. Warte mal, hier außen. Auch empty. Ja, ist alles weggegammelt. Nee, hier ist tatsächlich noch. Oh, die machen aber jetzt hier Banane. Na, gucke einer, schau. Na, nur aber husch. 36. 26. Warum nicht gleich so? Ich denke mal, die... Das Farbenhaus ist so ein bisschen... Das muss man, glaube ich, anders planen. Das ist zwar alles relativ... Relativ nah, Aber wahrscheinlich doch noch irgendwie zu weit. Gerade hier oben, diese Felder hier. Ich denke, die sind einfach noch zu weit weg. Wobei... Ja, letztendlich kann es auch bloß an der Arbeiteranzahl liegen, ne? So, hier wird tatsächlich auch schon gedroschen. Gucke mal. Oh, das ist ja mega gut, ne? Ich weiß bloß nicht so richtig, in welchem Verhältnis. Ist das 1 zu 1? Nee, eigentlich nicht, ne? Crane... Müsste mehr sein? Also, der Weizen müsste mehr Crane bringen, das meine ich, ne? Viel mehr, guck mal an. 1 zu 10 oder 20. Das lässt sich nicht so richtig... ...rauskriegen. Ähm... Warte mal, wir haben hier wieder Feuerholz-Probleme. Feuerholz, Feuerholz. Schnüff ist es natürlich nicht. Wir haben ja auch gar keine drin, so ein Mist. Warte, da muss ich hier ein Haus nehmen. Und wir haben ja wieder irgendwo anders, haben wir wieder welche drin, ne? Warte mal, die haben wir schon rausgenommen. Gott, wo habe ich die wieder alle geparkt? So eine Übersicht wäre halt cool. Wie bei Life is Feudal zum Beispiel. Ich denke, Banished wird es auch geben. So, was haben wir? Limit reached. Ja, wisst ihr was? Dann ziehen wir hier mal 2 ab. Und dann dürfte hier mal fleißig... Einer ist drin. Crenary. Ich bin mal gespannt, wo der... Ach, der hilft jetzt hier mit zum Bauen. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. So, Holz sollte jetzt da sein. Die Bewegung des Ochsen ist noch so ein bisschen seltsam. Jawohl. So. Und da würde ich jetzt aber erstmal warten, bis die Mühle... Ist die jetzt schon besetzt? Ne, haben wir noch nicht besetzt. Da hauen wir auch gleich mal einen rein. Ich brauche mehr Häuser. Leute, ich brauche mehr Häuser. Wir kommen nicht mehr drum rum. Das haben wir jetzt auf alle Fälle alles. Jetzt gucken wir mal, ob wir die nächste Strecke gleich aufbauen können. Und das wäre die hier. Genau. Und ich würde sagen... Das kriegen wir hier nicht mehr ran. Kriegen wir das hier oben reingesetzt? Ne. Hier unten mit rein. Eventuell hier. Hier würde er noch irgendwie gehen. Dass wir noch einen Weg runterziehen. Dann wird es hier gemahlen. Ich würde das auch noch ein bisschen weiter nach hinten setzen hier. So. Dann machen wir gleich mal eine Anbindung. So. Und... Ja, dann brauchen wir hier oben eine Brauerei. Und da wir das hier oben sowieso verwurschteln müssen... Es ist zwar relativ sinnfrei, das hier unten zu malen. Wobei wir könnten das hier gleich alles mit einem Mal abdrücken, ne? Ob das funktioniert oder ob die das zwischenlagern? Holen die das auch aus dem Lager? Ich riskiere es. Was haben wir zu verlieren? So. Damit haben wir das. Jetzt ist die Frage... Haben die das hier hinten abgeholt? Tatsächlich. Jetzt haben sie das alles im Lager. Das sieht gut aus. Schmied brauchen wir noch nicht. Ich würde tatsächlich erst mal... Einen hierin setzen. Ja komm. Wenn, dann machen wir richtig. Wo sind die ganzen Leute hin? Wir haben... Naja, wir haben 10 Familien. Wir haben 10 Familien. So. Wenn wir morgen jetzt Kaffee mit Energie kochen. Mit Energie. Das ist... Ich sag's doch nach. Mythe kommt blöd, ne? Mit Energie kochen. Dann merke ich auch immer was auf der Autobahn. Dass ich mein Auto vergessen habe. Je... Ne? War nicht kalt genug? Hatten die keine Motivationen schnell zu arbeiten? Aber eigentlich... Eigentlich müsste, oder? Gerade da müsst ihr antreiben. So. Die Felder sind auf alle Fälle schon mal schön leer hier. Aber ich denke immer noch, wir haben... Also... Für die Feldgrößen und Anzahlen haben wir einfach viel zu wenig Leute, ne? Wir könnten uns tatsächlich noch welche leisten. Wir haben jetzt... Den ganzen Spaß haben wir hier jetzt eigentlich, ne? Das haben wir alles. Farming. Industry ist abgedrückt. Trade haben wir auch alles. Wir haben ein Gatehouse. Oh mein Gott. Oh Gott, ich ahne, Schlimmes. Ich ahne, Schlimmes. Wie viel kostet denn das hier? No cost. Ja, na dann. Na dann. Es ist alles relativ bescheiden geplant. Wenn ich mir das hier so angucke. Kann man die Wand hier? Nee, geht nicht, ne? Na, nee, geht nicht. Müssen wir ein bisschen Platz lassen. Ich bin mir nicht sicher. Wo, wo snappt denn der hier? Guck mal, wo der snappt. Das ist doch hier. Hä? Why? Warum? Das war da kein Sinn hier. Da brauchst du doch einen Weg zu. Oh Gott, was ist denn hier? Zu kalt? Wo ist denn mein Feuerholz? Warte. Wir müssen erstmal gucken. Warum habe ich immer noch plus einen? Weg damit. HS2? Nee. Ich habe viel zu viele Leute schon wieder hier eingeplant, ne? Nee, da kann ja nichts sein. Der Woodcutter brauchen wir aber eigentlich. Brauchen wir eigentlich. Will ich ungern wegnehmen. Die Mühle läuft. Bräuchten wir eigentlich auch. Hier unten wird... Normalerweise sollte hier gebaut werden. Hier kommt gerade noch ein bisschen... Ja, der letzte Baumstamm, ne? Der letzte Baumstamm. So, wie sieht es denn hier aus? Ihr habt jetzt eigentlich alles gem... Nee, ihr habt noch nicht gemahlen. Wir sind aber hier über dem Limit. Das heißt, ich nehme euch mal komplett raus. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir dann im nächsten Jahr überhaupt so viel... So viel... Weizen anbauen sollten. So, hier wird jetzt hoffentlich gleich alles... Alles fertig gebaut. Das ist so unglaublich, ne? Wie gut diese Animationen sind. So, Windmill. Ich hatte geplant. Ich hatte geplant, ja. Also auf alle Fälle... Erster Plan ist erstmal nicht erfrieren. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Plan schon erfüllen kann. Ich hau den mal weg hier, ne? So, jetzt haben wir zwei hier drin. Jetzt sollte es hoffentlich schnell gehen. Hoffentlich. Wir sollten aber auch hier eigentlich diesen Aufforster hier langsam hinstellen, ne? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, wo könnten wir das am gescheitesten hinbauen? Es ist relativ egal. Es ist relativ egal. Hier ist es abschüssiges Gelände. Hier oben ist eigentlich... Es ist Salz. Eigentlich ist es doof. Ich baue das Gelumpe mal hier rin. Na? Einfach mal so. So, meinetwegen. Quadratisch praktisch gut. Und ran und bauen. So, der ganze Vörlefanz wird jetzt weggerissen. Ähm. Transportressources. Ich denke, das ist kostenlos. Es kann sein, dass ja was wegtransportiert werden muss, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. So, dann machen wir auch mal weiter an dem Plan. Das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber, by the way, ähm... Warte mal, hier sehen wir durchgegangen, ne? Trade. Market, ähm... Warte, warte, warte. Wir haben so viel von dem Zeugs. Import, Export, Only. Export, alles, was... Wir behalten mal... 57, ne? Meinetwegen. Ich habe keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass der die ganze Zeit... Pfff, irgendwas anderes will, ne? So, im Moment bin ich mir nicht sicher, ob man das einen Plan nennen kann. Das ist durchaus ein Plan. Guck dir mal diese Wegplanung an. Na, das ist... durchaus alles... verplant hier. So, Firewood. Seht mal zu hier. Es geht langsam vorwärts, ne? Lock, Peace und Firewood. Okay. Wir haben null. Ich brauche die Loks. Ich brauche die Loks. So, Smith. Können wir eigentlich raushauen? Die müssten sowieso vorher erst mal... ...das hier machen. Das leuchtet mir aber jetzt nicht so richtig ein. Ach, der pennt hier, oder was? Und der ist wahrscheinlich erfroren, ne? Na, pass mal auf. Wir setzen den mal raus. Und es wird wieder wärmer. Wir haben den Winter überlebt. Ich... Äh. Dem... Bailey lacks a gatehouse. Ja, 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 ja. Ich bin ja noch nicht so weit. Ähm. Bitte? So, wir brauchen ein... Gatehouse. So, und das Ganze... Das zeigt dann hoffentlich... ...och immer nach innen, ne? Nicht, dass ich hier irgendwie... ...irgendwo was hinbaue, was dann eigentlich... ...komplett anders gemeint ist. Ich würde das Gatehouse auch eher hier hochsetzen irgendwie. Keine Ahnung warum. Ich mach den... Ich mach den mal hier hin, ne? So, dann haben wir das Manorhaus. Was macht denn das? Must be built. Ja, okay. Provides living space for five... Oh! Features locked in der Demo. Mist. Policies. Ja, okay. Das ist dann nicht drin. Aber es bietet... Es bietet Platz. Aber irgendwie krieg ich das hier nicht gesetzt. Ach. Ja, kein Holz. Das ist klar. Äh. Der Text Collector. Der wär aber der Interessante. Und da brauchen wir vier Holz. Und den kann ich noch nicht, weil... Medium Village. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Ähm... Ja, komm. Was war das? Ich würde gern hier verbinden. Genau. Erstmal. So. So. Ja, ist klar, dass wir noch keine Schafe haben. Wir haben noch... Wir haben auch noch kein Geld dafür. Also mit dem Handel... Echt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es... Geht irgendwie nicht. Oder ich... Ich check das nicht. Number of Travelling Traders. Ich mein, ich kann den 9 hochsetzen. Ich hab auch mal... Ich seh ja aus wie ein Braunschweig. Brauch mal ein Bett. Gute Nacht. Lavorix, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir was. Komm gut in den Vize-Freitag. und schlaf gut so ich denke aber auch wir werden hier langsam in die richtung der ist ja hochgespottet hier werden denke ich auch langsam richtung feierabend gehen ich mache noch mal ein bisschen schneller dass wir vielleicht das noch sehen hier aber ich denke mal recht viel weiter wäre heute nicht mehr spielen also wie gesagt das game hat so viel potenzial spielt es unbedingt an die demo ist noch vier tage lang auf steam kostenlos erhältlich probiert es aus es ist echt fantastisch ab einer gewissen größe die wir jetzt hier nicht erreicht haben fängt dann auch durchaus an meine güte fängt es durchaus auch an vielleicht so ein bisschen performance zu fressen beziehungsweise nicht mehr ganz so rund zu laufen das ist ein bekannter fehler das ist aber normal in dem in dem aktuellen stand es geht letztendlich nur darum schaut euch das andere ist es wirklich das spiel das hat so viel potenzial und ich freue mich wirklich tierisch darauf wenn es dann irgendwann mal released wird das ist wirklich das andere ist es wirklich das andere ist es wirklich das andere ist es wirklich das andere ist ich glaube ich bin jetzt mal wieder zu sagen